Wie es wie eine Spacharapechabon läuft neben Henglei. Sie ist in Gedanken versunken, denn scharf über etwas nach. Sie fragt, weißt du schon was du nimmst? Just in diesem Moment zittern ihre Coms. Ha sagt Henglei was für ein Zufall. Das müssen die Stundenpläne sein. Sie kramen ihre Handys raus. Ohne diese kleinen Computer ist ein Leben kaum mehr vorstellbar, jeder Schüler besitzt einen Kommunikationsapparat. Die vor der Seite besteht in ihrer Gänze aus einer Screen, die Rückseite ist aus Solarzellen gefertigt, in der Mitte ist der Energiespeicher bzw. Energietransmitter verbaut. Zum Aufladen legt man sie kurz mit der Stirnseite nach unten. An Ladegeräte kann sich keiner mehr erinnern. Die Effizienz des Panels ist so hoch, dass man den Telco sogar in der Indienacht laden kann. Das ist die Bezeichnung für die Art Nacht wenn der A untergegangen ist, aber der 0,92 Lichtjahre entfernte Inde scheint. Der nahe Stern ist das zweithellste Objekt am Himmel. Heller selbst als der grüne Trüno. Es gibt also insgesamt sechs Stufen Nacht auf dem Trivi inklusive den Mondstadien. Am Tage fallen all diese Effekte natürlich kaum ins Gewicht. Zurück zu den Koms die nur wenige Millimeter starken Geräte sind wahre Alleskörner und robuste Begleiter. Ihre Gehversiegelung und die stoßfeste, abfedernde Bauweise machen sie geradezu unkaputbar. Aufgrund des geringen Gewichtes überleben sie Stürze aus beliebigen Höhen. Je nach Gusto kann man sie bedienen. Bildschirm, Tastatureingabe, Wutscheln und Webeln, Spracheingabe und Blicksteuerung sind möglich. Die meisten verwenden Letzteres, wobei ein Blinzeln einem Mausklick entspricht. Guck mal Pachara, Interregionskommunikation, Spezisebergreifende Lernerfahrungen, Kulturen und Exkursionen, das hört sich doch toll an. Oh ja, das nehmen wir. Sagt sie, genauso begeistert wie er. Militärgeschichte, die glorreiche Vergangenheit, Chance für zukünftige Generationen, ich glaub das muss ich nehmen. Henglei zieht eine Miene. Dann sagt er, naja, ist ja nur eine Stunde. Hast du auch schon was Schönes gefunden, Pachara? Sie ist in ihren Komm versunken, vergleicht alle Daten. Nach einer kurzen Weile meint sie, ich nehm Solaris Management, Informatik und Sozialdesign. Henglei lacht. Okay, die ersten beiden sind auch für mich, das zwischenmenschliche Blablabla überlasse ich dir. Dann fehlt ja nur noch ein Fachmummel Pachara, wild blimzend, mit flackernden Augen steuert sie ihren Komm, dann die Erleichterung. Hier henglei, sie mal medizinische Evolution oder Robotechnik. Was sagst du? Also ich find die Blecheimer zwar lustig, aber ich glaube ein bisschen über unsere Biologie zu erfahren ist spannender. Pachara nickt. Somit haben sie bereits ihre neun Fächer zusammen, als sie im Speisesaal ankommen. Bis nächsten Freitag haben wir nun Zeit die Daten zu übermitteln, sagt Henglei. Jetzt schauen wir aber erstmal was sie hier zum Spachteln haben. Naja, ein Speisesaal, was soll man groß darüber berichten? Henglei sieht sich um. Herr Olztrauber ist schon wieder angewachsen. Außerdem sieht man zum ersten Mal ältere Schüler. Die kommen und gehen anscheinend wie sie lustig sind. Locker ist die Stimmung, dennoch geht es diszipliniert zu. Die Freiheit die man den Schülern gewährt trägt anscheinend Früchte. Sie setzen sich an einen freien Platz und essen. Was steht als nächstes auf dem Programm, Frau Sekretärin? Fragt Henglei. Wieder steuert sie ihren Kommen mit den Augen und murmelt dabei mal schauen. Oho, sie hier Interregionskommunikation wie schön, was für ein Zufall. Sie holt mehr Details ein. Zimmer E12, das ist hier im Erdgeschoss. In einer Stunde. Da bin ich ja gespannt. So stehen sie um die 60 Minuten später vor E12 mit etwa 20 Gleichgesinnten. Etwa die Hälfte besteht aus Ruber und Emits. Wie zu erwarten fehlt Herr Olzt. Ein besonders gemächlicher Emit nähert sich. Es ist der Pädagoge im Fache Interregionskommunikation mit Namen Hexupag. Er hält seinen Komfort die Tür, diese öffnet sich. Die Kinder strömen rein, Henglei und Pachara unter ihnen, sie finden Platz nebeneinander in der zweiten Reihe, fast ganz außen. Hexu geht ganz gemächlich auf seinen leeren Stuhl zu, packt seine sieben Sachen aus und dreht sich dann langsam um zur Tafel. Blink! Zwei große aufgeregte Augen in der Tür. Henglei bemerkt es sofort, er stupst Pachara. Auf Zehenspitzen schleicht der neue Mitschüler herein, wobei er sich fleißig nach einem Platz umsieht. Dann explodiert er. Er spurtet los, wutscht um die Ecken in die zweite Reihe und landet direkt auf dem freien Platz auf der Bank ganz außen gleich neben Pachara Pachara. Einige der Schüler küchern, so auch Henglei und Pachara. Der junge Opa hechelt heftig, ist aber zufrieden. Er lächelt. Hexu Palg ist erst jetzt an der Tafel fertig. Nur seinen Namen hat er während der ganzen Zeit hingeschrieben. Dass ein Schüler zu spät kam, bleibt ihm verschlossen. Auch jetzt wibmet er sich lieber seinem Skript, er krankt behäbig darin herum. Die zwei großen Augen sehen Pachara neugierig an. Guten Hallo, bin ich Sweenenisch. Dann fragt er sie, du bist wer? Ich bin Pachara, sagt sie und streckt ihre Hand aus. Und ich bin Henglei. Er reicht ihm ebenfalls seine Hand. Sweenenisch der Opa blinzelt, er denkt nach was er nun tun soll. Dann nimmt er einfach beide Hände und schüttelt sie gleichzeitig in Maschinengewehrgeschwindigkeit. Pachara, Henglei, Sweenenisch, guten Hallo. Sagt er freudig und etwas zu laut. Deshalb lässt er los und hält sich gleich die Hand vor den Hund. Er macht sich ganz klein. Wo warst du die ganze Zeit? Fragt Pachara. Sweenenisch flüstert. Ich verlaufen und ich großen Hunger. Dabei zieht er eine traurige Elendsmine. Pachara ist betroffen. Dann gehen wir gleich nach der Stunde in die Kantine. Sagt sie. Da sitzen sie also nun nebeneinander aufgereiht, die drei von der Interregionskommunikation. Dem Unterricht folgen sie von nun an nur noch halbherzig. Es ist ja auch zum Einschlafen obwohl sich Hexopalk wirklich Mühe gibt. Aber ein hundertfünfzigjähriger Emet und zwölfjährige Schüler haben halt unterschiedliche Tempi. Pachara und Henglei freuen sich darauf ihren neuen Mitstreiter genauer kennenzulernen. Sweenenisch selbst schaut ständig auf die Uhr die in seinem Robacom integriert ist. Er hat scheinsgroßen Kohldampf. Oftmals hält er sich seinen Bauch. Dann wiederum tut er so als befindet er sich im Tiefschlaf, um kurz darauf mit den Fingern Luftgymnastik zu üben oder mit dem Kopf eine Flieger zu verfolgen die vor ihm durch das Klassenzimmer E12 schwirrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. Vielen Dank.